Liebe Freunde von Cars & Parts24, wir sind hier in Essen auf der Motor Show. Wir sind der PS-Speicher aus Einbeck, ein Oldtimer-Museum aus dem südlichen Niedersachsen. Wir haben auf fünf Standorte verteilt, über 2500 Fahrzeuge, von der Mofa über das Motorrad-Kleinwagen-Auto bis hin zum großen Reisebus und auch dem Lkw, alles haben wir dabei. Der PS-Speicher in Einbeck hat 2014 eröffnet. Wir haben immer viele neue Sachen im Programm, Sonderausstellungen, besondere Fahrzeuge. Und ein besonderes Fahrzeug kommt bald zu uns, nämlich die alte Lady von Titus Dittmann, seine Dodge Viper. Hallo, heute aus der Essener Motor Show, hier seid ihr am Stand vom Technikmuseum Sinsheim. Wir präsentieren den Brutus, das ist unser Experimentalfahrzeug, den ihr tagtäglich bei uns im Technikmuseum Sinsheim seht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.